So, man kann hier sogar sehen. Leider nicht. Okay, sobald das Ding runter ist, haben wir den richtigen Fisch gefangen, also hat irgendein Fisch angebisse. So, ich taue kurz mal in die Box, ob das richtig Fisch war. Leider nicht, man kann auch manchmal den falschen Fisch hier angeln. So, komm schon. So, geben wir kurz einen zurück. Okay, auch nicht die richtige. Okay, warte mal, bis der richtige Fisch anbeißen tut. Okay, noch nicht. Okay, machen wir so lange weiter, bis wir den richtigen Fisch jetzt haben. Okay, wäre natürlich so nie was. Verdammt. Okay, dann musst du erst mal den Dreh rauszaubern, für irgendwie die ich zu angel. Okay. Und das war spät. Okay. 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 Okay, sehr gut. Okay. 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 das ist ja nicht die richtige Quelle. So, angeln wir einfach mal weiter. Komm raus. Okay. Okay. Ich glaube von den Rosenfüßen. Nee, da war der falsche Fisch. nicht. Die brauen wir also nicht. Aber immerhin. Okay. Okay, wir können noch ein paar weitere angeln, bis ich ihn da genug habe. So. Ich würde gerne mal den Kommentar rein schreiben, ob man hier das Spiel noch woanders angeln kann. Oder ob man für diese Quests hier immer, ähm, hier hin muss. Wenn man irgendwas angeln will. Okay, ich gehe ja kurz mal hin. So, was brauchen wir jetzt? Okay. Okay. Ich glaube die ist von hier in dem Bereich. Okay. Ich gehe kurz nochmal die Anleitung. Bei die Quest Anleitung. So, wo haben die denn? Quest Info. Fünf von die Füße brauchen wir. So. Vielleicht gibt ihr einen Hinweis, wo wir den, also wo wir den finden können. Okay. Hier vielleicht. Gut, ein bestimmtes Gebiet sagen die mir jetzt nicht. ist. Überall da wo halt Wasser gibt. Okay, wer mir hier richtig ist. So. Raus mit ihnen. ein falsches Fisch. Ein falsches Fisch. So wie immer. Jetzt brauchen wir unbedingt mal der richtige Fisch. Eis. Verdammt. Okay, nochmal auf ein neues. ist. Okay. Immer wieder. So. Immer dann. Okay, wenn ich hier eine Weile die Fische nicht finde, suche ich mal woanders weiter. wieder. So. So. Okay, wir müssen mal rauskommen. So. Wollen wir nächstes Jahr sofort mal mit. Okay, gut. Gucken wir da. Kost mal hin. Okay. Wir haben ihn leider immer auch nicht. Okay, wir brauchen mir etwas Geduld, bis ich mir die Füchte habe. So. Da hätte ich mir noch einen Goldfisch bekommen, vorhin. So. Komm raus mit ihnen. Natürlich. So. Wir müssen noch kurz weiter angeln, bis ich mir jetzt die Fische habe. gut. Ich gehe kurz mal hin zurück. So. Die Nähmission wäre erfolgreich gepackt. So. Die Box wäre hier. So. Wenn ich mir natürlich noch einen Angel bekomme, dann wird das Ganze vielleicht einfacher, da. Um die dann zu fangen. Um die dann zu fangen. Okay. Okay. So. ich mir kurz mal weiter. Und den Fisch brauchen wir jetzt unbedingt. so. Komm raus jetzt. So. die Anquers finde ich persönlich etwas nervig. Ja. hoffentlich angeln wir auf die richtige Stelle für das Fisch hier zu fangen. Okay. Klappt nicht so. Na toll. So. Krass mal weitermachen. Ich denke mal, wir müssten den Fisch schon irgendwie finden. Ich kenne hier eigentlich kaum einen anderen Ort, wo man was angeln kann. So. Komm raus jetzt mit dir. So. Wir haben also einen Goldfisch, brauchen wir aber jetzt leider nicht mehr. Okay. Wenn wir nach einer Weile hier nichts gefunden haben, werden wir ja woanders gucken. Ohne. 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 Okay. Leine das. Und das habe ich oben. Okay. Ich bin den Martin. Okay. Okay.